Hallo, ich bin Anna Buccieri, ich bin 39 Jahre alt, eine erziehende Mutter, arbeite aus Kundenberater, eine Basis bei der Reifisenbank Wissenstein. Diese Weiterbildung hat mir extrem viel gebracht, sei das einerseits privat für das Selbstbewusstsein, für die Praxis natürlich auch, dass ich meine Kundschaft besser beraten kann und es gibt mir ein gutes Gefühl und ich kann wirklich die Schule weiterempfehlen. Ich bin sehr stolz.